ja und damit wieder hallo und herzlich willkommen zu seven days to die sicher kaffee ist am start in der neuen folge fragt sich nur für wie lange ich hoffe das konzept gefällt euch jetzt wieder besser mit dem an und ab modden ja wartet so ich will ja was mitnehmen und da lassen das lasse ich da das verkaufe ich das heißt dass das ist das nämlich mit das verkaufe ich das verkaufe ich und ich brauche aber die auch noch vorsichtshaber ja gut wir sind jeden tag hier was soll er machen so haben wir den einen platz frei jetzt muss das platz schaffen ja 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 darf ich sein inventar sehen ok verkaufen 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 das hat kein verkaufspreis ja 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 entschuldigung sorry ich nehme das hier irgendwelche aufgaben abholen 2 akzeptieren sehr schön kann ich die lampe noch bei dir verkaufen die ziehen wir mal nach hier oben als knippe kraft 4 verkaufen so was können wir denn kaufen geschmiedetes eisen 8 36 doch war alles so das geschmiedete stahl sollten wir das schon kaufen ich glaube nicht was haben wir denn für bücher jetzt gerade ford kauf auf jeden fall das brauchen wir nicht das könnte man noch gebrauchen aber wir haben keine knete mehr vielen lieben dank so ab zum fahrrad ab zum abgeben noch mal also ja ich drück wie immer lasse ich die tastung gedrückt das ist halt hey sein vater aber ok so ein rein die munition rein essen das kann man rein packen medizin hier rein das packt man noch hier mit rein und dass das und das hier rein und die titans wieder ins fahrrad beziehungsweise im fahrrad selbst weil auch noch sachen die mal wieder einlagern wollen nämlich so dass nämlich was nämlich und hatte ich das denn jetzt reingetan mit zehn rohstoffe auch nicht fertig haben es nicht habe ich das zeug denn hingepackt es wäre jetzt doof wenn die dinger weg wären es wäre jetzt echt kacke aber ich habe doch mehr als den einen davon oder nicht doof da kommt eine ganze horde wir versuchen es mal nur mit schlagen vorbeizukommen einmal so einmal so ok die sind alle tot schön ein nach dem anderen snacken hier ok die blute direkt aus das ist sehr schön so was haben wir denn da zum verkaufen das ist ep zuwachs rüstung schwer rüstung ausdaubeweglichkeit geräusche maximale haltbarkeit ich gehe mal auf tragen weil da habe ich den kann ich mal verändern und gucken ob ich andere rausnehmen kann rein tun kann wenn dann den da rein ja guck mal mal was besser ist so jetzt macht der regen uns natürlich ein bisschen strich durch die rechnung aber auch nur ein wenig so da hinten muss sein moment die quests die hier in der nähe sind sind immer am besten jetzt haben wir hierfür nämlich die quest bekommen wir parken das fahrrad mal hier draußen haben wir hier schon alles ausgelootet das heißt wir machen hier den sammelpunkt aktivieren wir jetzt und können direkt ran gehen so nix holen hier haben wir schon mal so ich mach mal so ach da ist noch einer Ah, okay. Ah, schon wieder infiziert. Ich krieg die Krise. Okay, da kann ich nichts machen. Das kann ich auch nur so abholzen. Wir nehmen das Lagerfeuer auf jeden Fall mit. Hier kann ich nichts mitnehmen. Das Holz... Nein, nicht das Gras, sondern das Holz nehmen wir mit. Das Holz nehmen wir aber mit. So, da können wir dann... Die nehmen wir mit. Und dann gehen wir jetzt gleich da oben rum. Einen Moment kurz. Ähm... So, jetzt gehen wir da hoch. Wir gehen nämlich erst da hoch. Irgendwo ist noch ein nerviger Vogel jetzt gleich. Ich komm hier nicht mal so rein. Okay. Auf einmal ist der schon da. Das war schlecht. Das war besser. Aha. Honey? Kein Honey. Eisen. Mehreisen. Da kommen wir nicht drunter. Da springen wir jetzt gleich aber runter. So eine Sporttasche. Genau. In meiner Sporttasche habe ich auch immer ein Essensmagazin. Immer. Wer kennt es nicht? So, hier war eine drin. Nein. Nein. Manchmal hafe ich da auch lieber aus und guck mal was passiert, als dass ich sich direkt einfach so drauf prügele. Man weiß ja nie. Man weiß ja nie. So. Dann nochmal Dr. Toilet. Der ist jetzt geschlossen. Ich muss mal nichts rausholen. Ja, okay. Kommen Sie, kommen Sie. Kommen Sie. Kommen Sie. So, dann haben wir das nämlich erledigt. Mehr waren hier glaube ich nicht drin. Und wenn doch, dann werden sie mich ja jetzt gleich überfallen. So, da ist nochmal ein Wand-Tresor. Nutze ich die Zeit für meinen Kaffee? War ja klar, im ersten Versuch geht nichts. Oh, bitte. Einen Dietrich habe ich dann nur noch. Dankeschön. Noch ein Band, auch zum Verkaufen. Er hat mich erwischt, aber ich kann es jetzt nicht so schlimm, wie sonst immer. Ah, ich muss lernen, auch die Bücher direkt zu sehen. Holz. Unterschrauben. Grote Stück. Essen. Essen kann man trinken. So, dann haben wir nochmal hier die Vorräte. Das können wir nochmal zerlegen. Also die Eisenpfeil-Munition brauche ich nie. Schnelle Hände. Alleine das Fortgeschrittene nach. Diese Fortgeschrittene Nachlademethode und Ladgewehre 10% schneller nach. Ja, dankeschön. Was ist das? Rützungsfertigungspaket. Ah, okay. So, wartet kurz hier. Verändern. Das nehmen wir raus. Und da verändern das Parkour. Hier irgendwas von Belangen. Dann nochmal Müll. Schmerzmittel. Kann man sich ja gönnen. Warte mal, wo es in die Schmerzmittel händen darf. So, oben waren wir. Hier waren wir. Jetzt geben wir dann ganz schnell die Quest-Flee ab. Guck mal, ob der Händler auch mal vielleicht natürlich Antibiotika so verkaufen hat. Das wäre natürlich nochmal ein Eisensteiner. Beziehungsweise fahren wir eben schnell nach Hause. Hier fahren wir mal dran vorbei. Nehmen wir beides mit. Ja, komm schon. So, Medizin. Ne, nicht nehmen, sondern nutzen. Dankeschön. So, sonst habe ich noch Medizin-Koffer. Die spritzen. Das kann man da reinschmeißen. Denken da rein. Weapons. Wüsste ich jetzt nicht welche. Ah, Rohstoffe kann man direkt hier reinschattern. Natürlich wie immer unser obligatorisches Holz mitnehmen. Mods und Bauteile. Packen wir das hier rein. So. Passen wir die Munition rein. Pack noch das mal da rein. Das zählt im Moment noch als Rohstoff. So, lämmig. Pack und ab zum Händler. Wir haben ja noch ungefähr zwei Tage Zeit. Bis der Blutmund kommt. So, Kleber. Farming. Hoppland. Oh, Glas Honig. Das wäre mir lieber. Das willst du nicht. Sollte nochmal über die Bücher gucken. Homecooking. Nein. Ne, 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 ne. Eisenvorschlaghammer. Geschossspitzen. Ne. Werkzeug brauche ich eigentlich. Munition, Waffen. Wir müssen Mittel kochen. Wo haben wir denn Werkzeuge? Ah, da. Werkzeuge. Eisenschaufel. 1.500 dafür. Okay, da muss ich noch ein bisschen warten. Aber Toolkit, ja. Brauchen wir jetzt gerade auch nicht wirklich. Da mein Englisch halt leider so ein bisschen verkackt ist, äh, weiß ich jetzt nicht genau, was er gesagt hat. Ist hier eigentlich unten was drin? Hätte ich echt nicht gedacht, dass hier wirklich was unten drin ist. Boah. Okay. Öfters mal was Neues. So, jetzt noch mal Müll. So, da habe ich jetzt Fahrrad abgelegt. Hallo, Fahrrad? Da habe ich das Fahrrad abgelegt. Echt? So locker safe weitergerollt. Okay, die habe ich alle schon kontrolliert. Okay, ja, 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 ist ja gut. Ich feiere schon weiter. Ich feiere schon weiter. So, hier gucke ich aber erst, ob ich nicht schon in dem Haus drin war. Ja, ich glaube nämlich nicht. Unfair. Kämpfer sind so weit weg. Ich habe gedacht, da kam jetzt noch jemand. Aber nein. So, das versteht direkt die Werkbank. Die zählen direkt als Küchenschränke. Ähm, egal wo sie stehen. Also ich denke, es ist immer sehr groß. Ähm, dort auch ein Buch für die Küche zu finden. Fürs Kochen. Da kommen wir ran. Ah, wow, eine Farbe drin. Wow. Wow. Bitte. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Wie immer geht er nicht durch die Tür. Wenn das soll. Ja, genau. Du triffst mich jetzt wieder. Lebst du immer noch? Ah, ich krampe. Immer noch versteckt. Warum bin ich denn jetzt schon wieder durstig? Ich habe eben doch erst getrunken. Ich muss mal gucken, was am meisten wieder zurückbringt. Weil der Jokate irgendwie gar nicht. Von dort aus hat man irgendwas hauchen gehört. Da haben wir nochmal das. Und dann würde ich sagen, bevor wir nach oben gehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.